Wir leben in einem Überfluss. Und das heißt, das bezahle ich als Kunde im Supermarkt alles mit, weil es wird ja nicht alles verkauft. Es ist imprävisible, man weiß nicht, was der Klienter will essen. Es ist sehr schade, es ist sehr schade. Es ist eine Brübelle, es ist eine Schade. Also insgesamt werden 40 bis 50 Prozent aussortiert. Und dann kommt man schon ins Nachdenken. Die Computer checktet die Farbe, um zu sehen, dass sie richtig sind. Und wenn sie die Farbe falsch sind, dann werden sie auf die Seite gezogen und weggezogen. Es gibt wirklich Bäckereien, die haben 20 Prozent der Ware über. Das ist eigentlich zu viel. Brot hat nahezu den gleichen Heizwert wie Holz, von daher brennt es sehr gut. Also wenn alle Bäckereien in Deutschland das so ähnlich machen würden wie wir, könnte man sich ein ganzes Atomkraftwerk sparen in Deutschland. Es gibt Dinge aus der Cameroune, die ich hier sehe, kommen in der Pübelle, die mir so schlecht sind. Das ist ein grosses Gaspillage, das ist ein grosses Gaspillage. Wir essen nicht. Ihr habt mich zu interviewen, meine Frauen. Wir essen nicht einmal, meine Frauen? Wir essen nicht einmal. Untertitelung des ZDF, 2020